Diese zu erwerbende 5-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt in Köln. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Ausstattung entspricht einem Schlafzimmer. Eine Wohnfläche von ca. 257 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 131 Quadratmetern. Das Haus steht für 369.000 Euro zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017